Verkauf der Ukraine, was nach dem Krieg droht. Wohlstand für alle hat sich mit einem brandaktuellen Thema beschäftigt, denn westliche Konzerne reißen sich ja schon spätestens seit 2014 die Ukraine unter den Nagel. Und nach dem Krieg dürfte die neoliberale Umgestaltung des Landes und die Ausplünderung durch BlackRock und Co. noch weitergehen und noch wesentlich schlimmer werden. Wolfgang und Ole erzählen uns dazu jetzt was. Ich bin sehr gespannt. Ich habe den Beitrag noch nicht gesehen. Ich wollte ihn zusammen mit euch im Stream anschauen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt darauf, was die beiden uns alles zu erzählen haben. Der ganze Beitrag geht 40 Minuten. Das heißt, er wird wahrscheinlich vollgepackt sein mit Inhalt. Und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir über die ökonomische Situation der Ukraine sprechen. Im ZDF-Sommerinterview erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Und dann sagte er, dass er mit Selensky Gespräche geführt habe darüber und beide waren sich einig, dass auch Russland an der nächsten Friedenskonferenz teilnehmen muss. Das sind ganz neue Töne und wir können nur darüber spekulieren, was in den Hinterzimmern so geredet wird. So oder so muss man sich dann ja aber auch die Frage stellen, wenn es tatsächlich zu, egal welchem Friedensschluss kommt, was passiert ökonomisch? Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Also ist da ein Wiederaufbauplan, der tatsächlich Prosperität verspricht oder droht es auf eine Schocktherapie rauszulaufen? Das wollen wir heute klären. Jedenfalls hatte Selenskyj, so sagt das kürzlich Bojan Panczewski vom Wall Street Journal, schon angeregt, dass Saudi-Arabien eine Friedenskonferenz organisiert und dass auch Russland dann dazu eingeladen werden sollte. Und es kann natürlich auch gut sein, dass Selenskyj deshalb so unter Druck geraten ist, weil die neuesten Enthüllungen zur Pipeline-Sprengung nahelegen, dass er von dem Plan anfangs gewusst haben muss, auch wenn er sich dann später wieder dagegen ausgesprochen hatte. Und sicherlich wird auch Olaf Scholz nochmal... Ja, man weiß nichts Genaues. Also diese ganzen Pipeline-Sprengungen... Ja, Russland hatte ja eine internationale Besuchung im Uhrensicherheitsrat beantragt. Wer hat dagegen gestimmt? Unsere Freunde aus den USA. Verschiedene Abgeordnete des BSWs haben die Bundesregierung gefragt, habt ihr Informationen, wer Nord Stream gesprengt hat? Gibt es Ermittlungsergebnisse? Die Bundesregierung hat gesagt, wir können uns dazu aus Gründen des Staatspols nicht äußern. Und Schweden hat die Ermittlungen bezüglich dessen eingestellt, mit der Begründung, der Täter befindet sich außerhalb unserer Jurisdiktion. Und jetzt gab es zwei Geschichten. Einmal die Geschichte, es waren Ukrainer, jetzt neuerdings sogar mit Wissen Zelenskys. Keine Ahnung, ob man da die... Ob man da jetzt vorbereitet, Zelensky abzusägen oder ob da wirklich was dran sein sollte. Und es gibt diese Story von Seymour Hersh, die ich persönlich für glaubwürdige halte. Die sagt, dass es die CIA war, dass es die USA waren, dass das Ganze auf Befehl von Joe Biden passiert ist. Aber wie gesagt, das muss jeder von euch selbst entscheiden. Man weiß noch nichts Genaues. Aber bei solchen Enthüllungen sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein, bei Geheimdiensten auch bewusst Fake-News streuen, um halt von sich abzulenken. Also bewusst falsche Fährten legen, damit sie die Öffentlichkeit dann in die Irre führen können. Etwas Feuer unterm Hintern bekommen haben, weil Polen einen vom deutschen Generalbundesanwalt zur Festnahme ausgeschriebenen Beteiligten dieser Sabotage-Aktion laufen ließ. Ja, Scholz wird nicht amüsiert darüber sein, die Bundesregierung als solche auch nicht, auch wenn sie das nach außen hin kaum kommuniziert. Auf die Frage im Sommerinterview, ob er immer noch vollstes Vertrauen in Zelensky habe, antwortete der Kanzler ausweichend und sagte dann, wir haben sehr vertrauliche Gespräche geführt. Nun ja. Aber eigentlich ist das ja sogar fast beruhigend für Zelensky, denn wir wissen, wenn ein Kanzler das vollste Vertrauen ausspricht, dann ist es wirklich vorbei. Stimmt. Wir machen kurz Werbung für die Speak Easy Bar, die am Wochenende erscheinen wird. Wir beantworten wieder ausführlich Publikumsfragen. Natürlich geht es auch ein bisschen um Kulturelles, um Literatur. Vor allem aber geht es um ökonomische Fragen, Fragen zum Podcast und Durchsatz, was einhergeht mit Deregulierung, Privatisierung von staatlichen Unternehmen. Es geht meist um massive Kürzungen von sozialen Ausgaben. Es geht um eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die Einführung einer rigiden Austeritätspolitik, und oftmals wird dann als Grund auch angeführt, es geht hier eigentlich um Korruptionsbekämpfung. Jedenfalls soll die Schocktherapie dazu führen, dass sich dann vieles in einem krisengebeutelten Land verbessert. Man kann es aber auch auf Regionen zum Beispiel anwenden. Also das war ja von Naomi Klein eine These, als dieser Wirbelsturm Katrina tobte, gab es dann danach eine Schocktherapie. Also man kann dann, wo eh schon alles verwüstet ist, das mal gut nutzen, um alles zu gentrifizieren beispielsweise. Ja, und nach der Wende war es natürlich auch so, dass man in Osteuropa davon gesprochen hat. Also weil du jetzt Region meintest, da hat man ja auch eigentlich bei den ehemaligen Sowjetrepubliken, bei vielen, die das Phänomen gab, nicht einfach nur bei Russland, mit sehr unterschiedlichen Erfolgen, kann man sagen. Grundsätzlich lautet die Idee, dass die Kraft des Wettbewerbs sind. In der Ukraine ist es mit Abstand am schlechtesten gelaufen. Oder was heißt mit Abstand? In Moldawien sah es auch nicht gut aus. Aber wenn man das mit der Entwicklung in Russland vergleicht, dann war die Entwicklung der Ukraine noch mal katastrophaler. Also die ukrainische Wirtschaft ist stärker eingebrochen als die russische. Und sie hat sich, auch da es in der Ukraine einen vergleichbaren Rohstoffboom, wie in Russland Anfang der 2000er nicht gab, auch deutlich schwächer erholt. Und seit 2014, seit dem Maidan-Putsch, wo die pro-westlichen Regierungen dann schon auf Druck des IWFs ganz viele neoliberale Reformmaßnahmen durchgeführt haben. Beispielsweise steigende Gaspreise, Kürzungspakete im öffentlichen Haushalt, eine unabhängige Zentralbank, die die Zinsen viel zu hoch gesetzt hat. Und dadurch ist die ukrainische Wirtschaft seit 2014 noch weiter abgeschmiert. ...entfesselt werden soll, dass der Markt liberalisiert werden soll. Und dann würden große Wunder stattfinden. Und um das zu erzielen, müssen natürlich erst mal Preiskontrollen abgeschafft werden. Öffentliche Unternehmen müssen privatisiert werden, um auch die Staatsschuldenquote zu senken. Also auch da gibt es dann oftmals Vorgaben, beispielsweise vom Internationalen Währungsfonds, dass er nur unter diesen und jenen Bedingungen dann auch seine Kredite vergibt. Sozialleistungen müssen gedrosselt werden. Und natürlich muss auch die Öffnung für den internationalen Handel stattfinden. Länder, die vom Krieg zerrüttet sind, eignen sich besonders gut für solche Reformen. Da ist ohnehin Wirtschaftsreformen benötigt. Man ist ja im Krieg im Ausnahmezustand, wirtschaftet völlig anders als zu Friedenszeiten. Und dann ist es leichter, etwas Neues durchzusetzen. Der Staatshaushalt eines Staates, der im Krieg ist, ist ja häufig überschuldet, weshalb dann auch der Ruf nach ausländischen Investoren Not tut. Und die kommen natürlich auch nur unter gewissen Bedingungen. Und die jeweilige Regierung entscheidet das dann oft nicht allein, sondern eine wichtige Rolle, auf den kommen wir dann noch später weiter zu sprechen, spielt dabei der Internationale Währungsfonds, IWF. Und der diktiert üblicherweise dann die Regeln. Du hast schon Russland erwähnt oder den Zusammenbruch der Sowjetunion. Da gab es diese Privatisierungswellen, diese Marktöffnung. Aber man konnte auch eine Schocktherapie in Chile beobachten, haben wir auch schon häufiger im Podcast darüber gesprochen, nämlich als es da zu dem Militärputsch kam. Pinochet wurde installiert und dann kamen die Chicago Boys, die neoliberalen Anhänger von Milton Friedman und haben dort dann gehörig, ja sagen wir, Strukturreformen durchgeführt. Blicken wir nun mal auf die nähere oder zumindest mittlere Zukunft. Es ist gut möglich, dass bald Verhandlungen aufgenommen werden und dass irgendwann ein Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine geschlossen wird. Wer da jetzt dann wiederum im Weißen Haus sitzen wird, das ist noch unklar, als ob das Harris sein wird oder Trump. Sicher aber ist natürlich, dass die Amerikaner so oder so keinen Diktatfrieden Putins akzeptieren werden. Also danach sieht nichts aus. Das heißt Diktatfrieden. Also Russland hat ja bis vor kurzem zumindest keine Kapitulation der Ukraine gefordert, sondern lediglich den Verzicht auf die Oblasten Kersons, Sabronischa, Donetsk und Dukhansk. Also das sind ja eigentlich annehmbare Friedensbedingungen gewesen. Vor allem für die Amerikaner, denen der Verlauf der ukrainischen Ostgrenze sowieso nicht so wichtig sein muss. Also der Großteil der Ukraine wäre ja weiterhin ein westlicher Vaseil geblieben. Also was heißt Diktatfrieden? Also jetzt, nachdem die Ukrainer ihre Kursk-Offensive da gestartet haben, hat Russland dieses Verhandlungsangebot zurückgezogen. Das heißt, es wird spannend zu sehen, wie sich Russland jetzt in Verhandlungen verhalten würde. Wahrscheinlich wird Russland da unnachgiebiger sein. Aber Diktatfrieden hat Russland ja sowieso... Also die russischen Friedensbedingungen waren ja sowieso immer relativ, relativ moderat. Ich gebe das ein paar lauter Stimmen unter den Republikanern, die die US-Unterstützung für die Ukraine lieber heute als morgen einstellen würden. Aber das ist selbst unter den Republikanern nicht die Mehrheit. Und bei den Demokraten ist so eine Aussicht natürlich völlig chancenlos. Der sehr einflussreiche Republikaner Lindsay Graham sagte kürzlich in einem Fernsehinterview, Die Ukraine sitzt auf entscheidenden Mineralien im Wert von 10 bis 12 Billionen Dollar. Sie können das reichste Land der Welt sein. Ich will diese Assets nicht Putin geben und auch nicht mit China teilen. Und Ähnliches wiederholte er dann auch nochmal im Beisein von Zelensky. Es geht immer darum, die Republikaner anzusprechen in der Art, dass man sagt, Dieser Krieg hilft uns, der nutzt uns ökonomisch, wenngleich man jetzt daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen sollte. Ach so, die Amerikaner sind da nur dran beteiligt, weil die an diese Mineralien rankommen. Also ich würde sagen, man kann günstiger an Mineralien kommen, als einen derart teuren Krieg zu führen. Nur versucht natürlich Graham immer diese Kosten-Nutzen-Rechnung nach vorne zu stellen und ist da fast so ein bisschen leninistisch unterwegs. Wir werden ja in der nächsten Folge über Lenin und seine Imperialismus-Theorie sprechen. Hier, das riecht ein wenig danach. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Angebot an dir. Das ist ja, also ich hätte jetzt fast gesagt sympathisch. Also natürlich sind solche Kriegstreiber mir grundsätzlich nicht sympathisch. Aber ich finde es besser, wenn ein Politiker ehrlich ist und sagt, wir führen hier einen Krieg für Rohstoffe und nicht sagt, wir führen hier für Demokratie, Freiheit und diese ganzen anderen Vorwände, die ich hier sonst noch so erzähle. Also da merkt es, amerikanische Politiker sprechen wesentlich ehrlicher als europäische. Also bei uns, da erzählt man uns immer noch, wenn wir Russland nicht besiegen, dann steht Putin morgen Berlin. Oder Russland möchte, Russland ist eine Diktatur und möchte die Autokratien dieser Welt zu einem Sieg gegen die Demokratie, führt einen Kampf der Autokratien dieser Welt gegen die Demokratien. Also so ein bescheuerter Systemkonflikt, der da aufgemacht wird und der so in der Realität nicht stattfindet. Die Republikaner an die etwas einfacheren Gemüter zumindest, denen man mit so großen Konzepten von Weltordnung oder so nicht kommen kann. Aber wenn man einfach sagt, da kann Geld verdient werden, dann kann man die vielleicht noch hinter sich bringen. Aber ja, klar, es geht natürlich um deutlich mehr als nur um Rohstoffe und Geld. Wenn jetzt Trump verspricht, er werde sofort für Frieden sorgen, muss das keineswegs den Ausverkauf der Ukraine bedeuten. Experten wie der Wall Street Journal Korrespondent Bojan Panczewski berichtete bereits von ukrainischen Führungsköpfen, die auf einen Sieg Trumps hoffen, da sie sich von dem Dealmaker, so wird er ja oft genannt, einen guten Deal versprechen. Also dass dann quasi die Art of the Deal dann auch noch auf die Ukraine angewandt wird. Bemerkenswert ist jedenfalls ja, dass man jetzt so einen großen Umschwung hat medial. Also lange Zeit wurde in Deutschland jeder verunglümpft, der von Verhandlungen sprach, wie ein Glaubensbekenntnis. Sprachen Politiker und Journalisten Sätze wie, die Ukraine muss den Krieg gewinnen vor sich her. Und jetzt, wo dann die maßgeblichen Instanzen auf einmal sagen, na ja, jetzt brauchst du schon mal langsam eine Friedenskonferenz, jetzt auf einmal ist das eine völlige Selbstverständlichkeit und es ist auch total okay, das in der Medienöffentlichkeit zu sagen. Es ist sehr lustig, sich diesen Opportunismus dann anzusehen. Also man hat viele Menschen, die mit genau diesen Argumenten... Die Linkspartei übrigens, um das jetzt mal auf einer ganz kleinen Ebene auf Deutschland zu beziehen, vollkommen mitgemacht hat. Also in der Linkspartei, da wurden ja Leute wie Sarah Wagenknecht angefeindet, weil sie halt für Frieden waren, weil sie sich für schnelle Friedensverhandlungen eingesetzt haben. Jetzt ist das die Position der Linkspartei. Jetzt ist die Position, für die damals Wagenknecht und so aus der Partei getrieben wurden, jetzt ist das die Position der Linkspartei jetzt plötzlich, weil der mediale Mainstream sich geändert hat. Die Präsidenten schon lange gesagt haben, ja, jetzt muss man doch mal langsam pragmatisch werden. Die wurden stark verunglümpft. Das waren nicht Linke oder so, muss man auch wirklich sagen. Ja, das waren irgendwie Sarah Wagenknecht, Ali Schwarzer und Co. Und jetzt auf einmal ist diese Position okay. Und jetzt hat man langsam auch den Eindruck, es setzt sich nicht mehr dieser Satz durch, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sondern eher die Kanzlervariante, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Ja, oder der Mark Milley vom US-Militär hat ja sehr früh schon davon gesprochen, dass man Verhandlungen braucht, weil man da militärisch nicht mehr entscheidend weiterkommen wird. Und das hat sich wohl bewahrheitet, sonst würde man nicht diese neuen Töne hören. Ja, das war damals im Neuer 20er-Podcast Thema. Ich habe damals schon gedacht, warum ist das nicht Thema in den Mainstream-Medien? Das ist ja eine krasse Aussage, wenn der oberste US-Militär sowas sagt. Dann hat Sarah Wagenknecht das paar Mal angesprochen und wurde immer abgebügelt. Nein, 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 das ist gar nicht so. So hat er das gar nicht gemeint. Die Ukraine wird gewinnen, das sehen wir ja gerade. Es gäbe die große Sommeroffensive, dann hat die Ukraine gewonnen. Naja, jetzt ein Jahr nach der gescheiterten Sommeroffensive. Sieht es nicht so aus, als ob die Ukraine gewinnt. Dieser Satz, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, der ist defensiver formuliert, man könnte aber auch sagen realistischer. Wir wollen jetzt hier nicht spekulieren, unter welchen Bedingungen es Frieden zwischen Russland und der Ukraine geben kann. Sicher aber ist, dass es sich um einen Kompromiss handeln wird. Und das Ziel bei einer solchen Diplomatie ist ja immer, dass beide nicht als Verlierer dabei herausgehen, wenn gleich man sagen muss, so viele Menschenleben hat dieser Krieg schon gekostet. Das ist schon ein verlorener Krieg an sich. Aber die Ukraine wird, so viel kann man wohl sagen, keinesfalls alle seit 2014 russisch besetzten Gebiete zurückgehalten und dazu dann auch noch EU- und NATO-Mitglied werden. Es wird eher so auf ein Konstrukt hinauslaufen, das mit der Aufgabe von einigen Gebieten einhergeht, aber durchaus auch eine stärkere Bindung an die NATO bedeuten kann. Russland wird seine anfänglichen Maximalforderungen sicherlich nicht erreichen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel sehr unwahrscheinlich, dass man vom Westen es zulassen wird, dass Putin in Kiew eine Marionettenregierung installieren kann. Ob die EU wirklich jenseits der Lippen... Naja, die russische Friedensforderung war ja nur eine neutrale Ukraine. Keine russische Marionettenregierung. ...kenntnisse. Ein Interesse daran hätte, die Ukraine aufzunehmen, ist ohnehin fraglich. Zumindest ist es so, dass es da innerhalb der EU sicherlich einige Länder gibt, die doch konkurrierende Interessen haben. Blicken wir beispielsweise mal auf die gemeinsame Agrarpolitik. Die Ausgaben für diese Agrarpolitik machen rund 40 Prozent des gesamten EU-Haushalts aus. Und diese Subventionen, die werden verteilt auf 160 Millionen Hektar Land. Die Ukraine verfügt über immens viel Land. Wir sprechen von 40 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Das bedeutet also, dann würden also, wäre die Ukraine jetzt EU-Land, würden aus 160 Hektar 200 Hektar werden. Also ein Fünftel dieser Fläche der EU wären dann quasi... Die Frage ist jetzt, wie diese Zahlen berechnet sind. Also ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht vorliegen. Aber die Frage ist, ob das das gesamte völkerrechtliche Staatsgebiet der Ukraine ist. Also mit den Gebieten, die von Russland kontrolliert werden und die wahrscheinlich nicht zurück zur Ukraine klären würden. Oder ob das das tatsächliche reale Staatsgebiet ist, das die Ukraine gerade kontrolliert. Und das ist ja deutlich kleiner als das Staatsgebiet, was sie zumindest noch bis 2014 kontrolliert hat. ...ukrainisch, was da natürlich auch bedeuten würde, dass ein relativ dementsprechender Anteil auch an die Ukraine fließen müsste von den Agrarsubventionen. Was natürlich auch bedeutet, die Stücke für die anderen Länder, zum Beispiel Frankreich und Deutschland, würden deutlich kleiner werden. Und das würde zu sehr, sehr großen Verteilungskonflikten kommen. Ja, Frankreich ist Hauptprofiteur von den Agrarsubventionen. Und wir wissen, die französischen Bauern sind keine Spaßvögel. Die gehen ja bei kleineren Sachen auf die Straße. Also das könnte zu Verwerfungen führen. Und der zweitgrößte Posten in der EU betrifft die sogenannte Kohäsionspolitik, mit der die verschiedenen Mitgliedstaaten ausgeglichen werden sollen. Also das ist vergleichbar mit dem Länderfinanzausgleich in Deutschland. Insofern dabei die ökonomisch starken Länder etwas an die schwächeren abgeben. Bei der EU geht es jedoch darum, mit dem Geld direkt Projekte in ökonomisch schwachen Ländern zu fördern. Da funktioniert dieser Ausgleich ein bisschen anders. Aber mit der Ukraine würde sich ja die Gewichtung deutlich verändern. Um mal eine Kennziffer zu nennen, Polen hat derzeit ein Pro-Kopf-BP von über 18.000 Euro pro Jahr und erhält EU-Gelder. Würde nun die Ukraine Mitglied werden, ein sehr armes Land, noch dazu teilweise zerstörtes Land, mit einem Pro-Kopf-BP von unter 5.000 Euro vor dem Krieg, würde Polen mit ihm auch noch andere Länder dann zu Nettozahlern werden. Und da ist dann auch die Frage, gerade ist Polen ja sehr dabei, die Ukraine zu unterstützen, ob Polen das wirklich will. Und selbst Bulgarien hat ein doppelt so hohes Pro-Kopf-BP wie die Ukraine. Und das ist schon das ärmste Land in der EU. Das heißt, da sind Verteilungskämpfe zu erwarten. Die könnten die EU dann weiter destabilisieren. Und wie du schon gesagt hast, Bulgarien als ärmstes Land der EU hat ein doppelt so hohes Pro-Kopf-BP wie die Ukraine vor dem Krieg. Was jetzt nach dem Krieg sein wird, mag man sich gar nicht ausmalen. Da kommen wir später nochmal dazu, wie es da so um die ökonomische Zukunft und auch so die Lohnentwicklung, wie das aussehen dürfte wahrscheinlich. Was würde denn passieren, wenn die Ukraine EU-Mitglied werden würde? Julian Niemann schreibt im Makroskop, als Teil der Europäischen Union müssten ukrainische Unternehmen im gemeinsamen Binnenmarkt mit französischen und deutschen Unternehmen konkurrieren. Dabei die eigene Wirtschaft zu stützen, wären der Ukraine weitgehend die Hände gebunden. Direkte Subventionen würden durch das EU-Beihilferecht verhindert und auch der Wechselkurs der Währung könnte nicht mehr so angepasst werden, dass ausländische Dienstleistungen und Produkte teurer würden als inländische. In dieser Situation bliebe ukrainischen Unternehmen nur die interne Abwertung, um die geringere Produktivität und Qualität auszugleichen. Der technische Begriff interne Abwertung meint aber nichts anderes als massive Lohnsenkungen. Wenn die eigene Wirtschaft nicht durch Subventionen gefördert und der Wechselkurs der eigenen Währung nicht angepasst werden kann, dann müssen die Lohnstückkosten so weit nach unten gedrückt werden, dass ukrainische Betriebe irgendwie ansatzweise wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt also, das würde die Löhne drücken und das würde dann natürlich wiederum auch auf dem ukrainischen Binnenmarkt erst mal zu einer starken Senkung der Nachfrage führen, wenn die Löhne sinken. Das müsste also dann durch ausländische zusätzliche Nachfrage kompensiert werden. Das heißt, damit die Volkswirtschaft stabil bleibt, müsste dann deutlich mehr ausländische Nachfrage stattfinden und dann müsste dadurch so ein Wachstum in Gang gesetzt werden. Aber erst mal würden Lohnsenkungen wahrscheinlich die Folge sein. Zumindest bei den inländischen Betrieben. Und jetzt kommt eine Argumentation, die sehr typisch ist für Heiner Flassbeck und die sehr richtig ist, die Julian Niemann hier aber auch mit an den Tag legt, nämlich deutsche oder französische Unternehmen, die neigen ja dazu, dass wenn sie in Niedriglohnländern sind, dass sie Lohnsteigerungen durchaus zulassen. Von 10, 15 Prozent, das kann man jetzt auch schon beobachten immer wieder im europäischen Raum. Warum? Das machen die, weil die sagen, es ist nicht so schlimm. Der Abstand zu den Löhnen, den wir in Deutschland zahlen müssen oder in Frankreich, ist immer noch sehr groß. Somit haben die Arbeiter dann auch von diesen Betrieben sehr viel mehr Geld in der Tasche. Aber das bedeutet, dass die einheimischen Unternehmen ja unter Druck geraten, wenn plötzlich die ausländischen Unternehmen vor Ort solche Lohnerhöhungen gewähren können, die heimischen Unternehmen das aber nicht anbieten können. Da schlichtweg die Produktivität nicht entsprechend wächst. Und diese hohen Lohnzuwächse bei nicht gleichermaßen ansteigender Produktivität führen dann wiederum zu einer hohen Inflation und bringen die heimischen Unternehmen in eine Bredouille. Das ist jetzt erstmal eine Art und Weise darüber nachzudenken, die ja davon ausgeht, es bleibt eigentlich alles, wie es ist. Also jetzt hat man so die Überlegungen angestellt, relativ typische makroökonomische Argumente. Ja und bei der Ukraine, da wäre dieser Effekt noch viel, viel stärker als in Bulgarien oder Rumänien. Zumal der Ukraine ja die Arbeitskräfte weggelaufen sind, beziehungsweise dass sie jetzt durch den Krieg verstümmelt wurden oder gestorben sind. Also die Ukraine, die hat eine katastrophale Demografie, die hat weniger Arbeitskräfte. Also das ist der perfekte Cocktail, um durch eine relativ geringe ausländische Investitionsbereitschaft und durch solche Lohnsteigerungen in ausländischen Fabriken, wie sie gerade skizziert wurden, das gesamte Lohngefüge des Landes durcheinander zu bringen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft langfristig noch weiter zu unterminieren. Kurzfristig bedeuten diese ausländischen Investitionen natürlich Wachstum. Das heißt, das WIP wird erstmal gute Zahlen liefern, aber langfristig wird das sehr, sehr schlecht aussehen. Also die Ukraine wird noch mehr, als sie es ohnehin schon ist, zu einem armen, vollkommen ausblutenden, ja, zur ausblutenden Peripherie der EU werden, ohne irgendeine nationale Souveränität. Also ist ja jetzt schon in Bulgarien und Rumänien de facto so, dass keine Regierung dort Politik gegen die EU machen kann. Das ist schlichtweg unmöglich. Also wenn da eine Regierung an die Macht kommt, die was anderes will als Brüssel will, dann sagt Brüssel, okay, wir kürzen euch die Hilfsgelder. Da die Wirtschaften da vollkommen abhängig davon sind, muss die Regierung dann spuren. Und das wäre in der Ukraine noch viel, viel extremer der Fall. ...angeführt. Es könnte ja aber auch anders sein. Also die EU könnte zum Beispiel alle Austeritätspolitik fahren lassen und, wie er dem Tu es mal vorschlug, eine Billion Euro für den Aufbau der Ukraine locker machen. Nur wissen wir natürlich auch alle, dass das wohl nicht geschehen wird. Also hier könnte man ja tatsächlich mal so mit einer gemeinschaftlichen Verschuldung und so einem patriotischen Geist, mit dem man das dann bewirbt, sagen, das ist jetzt unser großes Projekt, das wir leisten müssen. Aber wir haben jetzt gerade heute, wo wir aufnehmen, wieder irgendeinen Tweet von Christian Lindner bekommen, dass jetzt aber mal auf die Schuldenregel in Europa mehr geachtet werden muss und dass das nicht ginge, dass man immer weiter... Ja, Lindner ist der gefährlichste man Europas. Also anders kann man es nicht sagen. ...der sich verschuldet... Also das muss man ja wirklich sagen. Frankreich und Italien haben eine wesentlich bessere Fiskalpolitik gemacht als Deutschland. Da ist das Wachstum wesentlich höher. Die haben sich einfach mehr verschuldet. Die haben auf diese Wirtschaftskrise, die wir jetzt durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland haben, reagiert, indem sie mehr Schulden aufgenommen haben. Das hat sehr gut funktioniert. Die haben noch ein relevantes Wachstum. Deutschland hat das nicht, weil Deutschland gespart hat. Und jetzt will Lindner, die vollkommen verfehlte deutsche Haushaltspolitik, die versucht hat, die Schuldenbremse einzuhalten, auf andere Länder übertragen. Und dort würde sie genau die gleiche Katastrophe anrichten, die wir in Deutschland sehen. Also 15 Prozent der energieintensiven Industrie sind weg. Die Industrie insgesamt befindet sich seit 2018 im Schrumpfprozess. Wir sind in einer schweren Rezession. Und Lindner will jetzt, dass dieser Zustand auch bitte, bitte in unseren anderen europäischen Partnerländern der Fall ist. Das würde übrigens auch die deutsche Exportindustrie noch weiter schwächen. Also da würden auch die Exporte in unsere Nachbarländer deutlich einbrechen. Das heißt, auch auf Deutschland würde das negativ zurückschlagen. Dann hätten wir eine neue Euro-Krise. Also das ist das politische Programm, was Lindner und von der Leyen hier anzubieten. Also von der Leyen jetzt gerade, weil sie ja gerade diese Defizitverfahren gegen dahin, glaube ich, in Frankreich in Wege geleitet hat. Und Lindner will jetzt, dass das alles vorangetrieben wird. Schon gar nicht gemeinschaftlich. Also das ist so weit entfernt. Und ich würde aber auch so weit gehen, dass wenn jetzt Lindner nicht Finanzminister wäre, sondern irgendjemand anders, würde man vielleicht für die Länder, die jetzt in der EU sind, eine gewisse gemeinschaftliche Verschuldung zulassen. Aber natürlich nicht in den Dimensionen, die benötigt werden für die Ukraine. Also man schätzt ja jetzt gerade, dass man etwa 500 Milliarden Dollar auf jeden Fall benötigen wird, um die Ukraine wieder aufzubauen. Und da ist also die eine Billion, die Tustermanns Spiegelpartner gar nicht schlecht geschätzt, wenn man denkt, ja, wie geht das denn so in die nächsten Jahre weiter? Und was muss dann da alles ermöglicht werden, um da eine prosperierende Wirtschaft zu haben? Ja, und das ist ja auch noch wahrscheinlich gar nicht so leicht genau zu beziffern, welche genauen Kosten es verursacht bei den Kriegsschäden, die schon mal da sind. Also ich meine, man hat ja auch immer sehr, sehr viele verschiedene Zahlen, die man hört. Also ich erinnere mich noch, schon vor weit über einem Jahr war in der Welt zu lesen, dass 80 Prozent der ukrainischen Infrastruktur zerstört seien. Also man hat hier wirklich einen kompletten Wiederaufbau des Landes eigentlich vor sich, wenn es irgendwann dann mal zu einem Frieden kommt. Und ich glaube, wie schlimm das eigentlich ist, darüber wird kaum gesprochen. Es wurde immer darüber gesprochen, wie schlimm der Krieg ist, wie schlimm es unter russischer Herrschaft wäre. Das ist auch beides richtig. Und es wurde aber nicht darüber gesprochen, wie schlimm das eigentlich wird, wenn dann der Krieg vorbei ist. Und dann gibt es zwar vielleicht noch die Ukraine als Staat, als souveränen Staat, aber halt mit gar keiner ökonomischen Basis mehr, die in irgendeiner Form ein gutes Leben bieten kann. Und das ist wirklich ein ganz schlimmes Szenario, dass der jetzt droht. Und lass mich das noch anführen. Es ist ja so, dass sehr viele Ukrainer im Krieg gefallen sind. Wir wissen die Zahlen nicht. Aber vielleicht ist das gar nicht falsch geschätzt, wenn man sagt, es werden wohl 200.000 sein oder so. Man hört sowas immer von russischer Seite. Möglicherweise ist das nur spiegelbildlich alles zu betrachten. Und dann sind sehr viele Ukrainer natürlich aus diesem Land geflohen. Werden die alle wieder zurückkehren wollen? Werden die, die hier dann doch gute Arbeit gefunden haben oder so, oder manche sind ja bis nach Kanada, werden die wieder zurückkommen? Das heißt, der Ukraine fehlen auch erheblich Leute. Ja, ja, ja. Also das war was, was schon natürlich auch zu Kriegsbeginn direkt so aufkam als Frage, wenn man aus der Ukraine hierher kommt, egal mit welchem Qualifikationsniveau. Ja, ich kenne einen jungen Mann, der ist aus der Ukraine, der ist Zahntechniker, also der verdient verhältnismäßig so ganz gutes Geld. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die weniger gut bezahlte Jobs haben, meinetwegen als Paketlieferant. Egal auf welcher Stufe dieser Leiter man ist, dieser Einkommensleiter, es gibt keinen Anreiz, außer Patriotismus zurückzukommen. Man hat ein zerstörtes Land, was ja schon unattraktiv genug ist, das permanent weiterhin bedroht ist. Klar ist natürlich, dass immer die Gefahr eines erneuten Krieges da ist. Und wenn man dann zufällig gerade im Land ist, dann kommt man auch nicht mehr raus, also zumindest als Mann. Also das ist das zweite Ding. Und dann sind die Löhne natürlich viel niedriger. Also das ist wirklich sehr schwierig. Und dann wird, ja gut, wird man dann sehen, wie die westlichen Staaten damit umgehen. Ob die dann sagen, na der Krieg ist vorbei, jetzt müsst ihr mal wieder schön nach Hause. Oder ob die sagen, auch eure Arbeitskraft können wir eigentlich gut gebrauchen. Das könnte alles sehr unschön werden. Ich glaube ehrlich gesagt Letzteres. Also wenn dieser Krieg vorbei sein sollte, dann wird die deutsche Wirtschaft daran gewohnt sein, dass die Ukrainer in Massen arbeiten. Und dann wird man die, glaube ich, nicht zurückschicken. Man wird den Ukrainern sogar so etwas Ähnliches wie Arbeitnehmerfreizügigkeit gewähren. Jedenfalls gehe ich mal ganz stark davon aus. Und das wird aber nicht diskutiert. Stattdessen zeigt man sich siegessicher, zum Beispiel die Osteuropa-Expertin Miriam Kosmil. Die war bei der Bertelsmann Stiftung und hat sich da noch mal von der neoliberalen Reform überzeugt gezeigt. Und sie sagte, neben der Verteidigung der ukrainischen Souveränität ist es wichtig, Wege zu finden, wie die ukrainische Wirtschaft widerstandsfähig sein kann. Eine entscheidende Rolle bei diesen Bemühungen spielen ausländische Direktinvestitionen und steigende Exporte, die harte Währung in die angeschlagene ukrainische Wirtschaft bringen. Zu diesem Zweck schafft die ukrainische Regierung Bedingungen, um private Investitionen anzuziehen. Schauen wir uns mal die Realität an. Im vergangenen Juni gab es Verhandlungen zur Rückzahlung der seit 2022 gewährten Kredite. Da es keinen plötzlichen Geldsegen gegeben hatte, plädierte die Ukraine jetzt bei den Kreditgebern dafür einen Schuldenerlass zu genehmigen von 60 Prozent. Die Gläubiger, dazu gehören dann Blackrock oder Amundi und weitere Investoren, die lehnten das ab. Und sie wollten nur einen Schuldenschnitt von 20 Prozent akzeptieren. Und die Argumentation war eigentlich schon valide. Sie sagten ja, sonst würden künftig Investoren nicht mehr darauf vertrauen, wieder an ihr Geld zu kommen. Also es stimmt ja, wenn die jetzt einfach einen Schuldenschnitt nach dem anderen zulassen würden, dann sagen private Investoren, das ist mir aber doch ... Stimmt so pauschal übrigens nicht. Also so valide ist diese Argumentation nicht mal. Also Argentinien, nachdem es die Schulden seiner Gläubiger größtenteils für wertlos erklärt hat und dann einen sehr, sehr günstigen Schuldenschnitt verhandelt hat, hat auch weiter Kredite an internationalen Finanzmärkten bekommen. Das, was Argentinien dann geschadet hat, war, dass ein paar Hedgefonds diese Schulden nämlich aufgekauft haben, vor US-Gerichten versucht haben, die einzuklagen und die US-Gerichte dem Recht gegeben haben. Also eigentlich stimmt das so nicht, dass die Finanzmärkte dem nicht vertrauen, aber die Gläubiger wollen sich halt ihr Geld wiederholen und im Zweifel wird das dann vor US-Gerichten ausgehandelt, wenn es sich im Dollaranleihen handelt. Ja, das ist dann das Problem. Auch nicht so ... Also nicht, dass das Vertrauen der Finanzmärkte dann plötzlich weg wäre. Die Finanzmärkte bewerten die Zukunftsperspektiven und die Rückzahlung zukünftiger Schulden und dadurch, dass es einen Schuldenschnitt vergangener Schulden gibt, wird die Zurückzahlung zukünftiger Schulden ja sogar wahrscheinlicher, da die vergangene Schuldenlast nicht mehr gerückt. Ganz einerlei soll ich das tun. Und da sehen wir wieder das Problem, wenn man so stark auf die privaten Akteure setzt und nicht jetzt wie Thuss oder andere Keynesianer herangeht und sagt, da muss der Staat vor allem auftreten oder die anderen Staaten, die verbündeten Staaten müssen auftreten, dann setzt man sich diesem Druck der Investoren aus und man schafft es nicht, diese Matrix zu durchbrechen. Ja, das will man ja gar nicht. Also man will das Land in westlicher Zinsknechtschaft halten. Das ist ja ein Ziel. Das ist ja Absicht der westlichen Politik. Das macht der IWF doch andauernd. Also mit zahlreichen Schwellenländern. Das ist doch nichts Neues. Und dass Wall Street und Kurda schönes Geld dran verdienen, auch das ist gewollt, natürlich. Schließlich hat man sich dann jedenfalls auf einen Schuldenerlass von 37 Prozent geeinigt. Jedoch durch eine Umschichtung der Schulden und durch neu festgeschriebene Zinszahlungen wird es eigentlich nur ein Schuldenerlass von 25 Prozent sein. Ich meine, 25 Prozent ist immer noch eine Menge, nur sind dummerweise die 75 Prozent, die übrig bleiben, immer noch deutlich mehr. Und das heißt also 8,6 Milliarden US-Dollar werden jetzt gerade von dieser Tranche dann anscheinend erlassen oder von diesen Schulden. Aber die gesamten Staatsschulden der Ukraine, die belaufen sich bereits auf 143 Milliarden US-Dollar. Das deutsche Finanzministerium hat dann im August auch diese Einigung kommentiert mit folgenden Worten. Deutschland als Mitglied der bilateralen Gläubigergruppe der Ukraine begrüßt die grundsätzliche Einigung zwischen der Ukraine und ihren Anleihegläubigern über die Bedingungen zur Umstrukturierung der ukrainischen Euro-Bonds und ermutigt die Inhaber der Euro-Bonds, dem Angebot zeitnah zuzustimmen. Eine schnelle Umsetzung des Umtauschs würde durch die daraus resultierende Schuldenerleichterung eine substanzielle Unterstützung für die Regierung und das Volk der Ukraine darstellen. Die Bedingungen der Umschuldung der ukrainischen Euro-Bonds wurden vom internationalen Währungsfonds als mit den Zielwerten der Schuldentragfähigkeit im Rahmen des IWF-Programms für die Ukraine vereinbar bestätigt. Ja, das ist interessant, dass hier also der IWF erwähnt wird. Der spielt da also eine Rolle, der hat quasi eine Bewertung vorgenommen, wie tragfähig ist die Ukraine, können da Zielwerte erfüllt werden? Und das zeigt also, es gibt einmal diese privaten Investoren, aber vielleicht sollten wir jetzt mal über den internationalen Währungsfonds ein bisschen sprechen. Dass der dann irgendwann ins Spiel kommt, ist ja wenig verwunderlich, denn gerade wenn Schuldenschnitte nötig sind, die Ukraine das eigentlich nicht mehr leisten kann, ist ja klar, dass irgendwann der IWF auf den Plan treten muss, wenn der Krieg weitergeführt werden soll und natürlich auch dann darüber hinaus. Und der IWF hat der Ukraine einen Kredit von 15,6 Milliarden Euro gewährt. Und das ist tatsächlich... Es ist doch immer das gleiche Spiel. Die Wall Street vergibt Kredite, von denen sie weiß, dass sie nicht zurückgezahlt werden können, macht dicke Profite. Und wenn die Kredite dann drohen, aufzufallen, dann tritt der IWF auf den Plan, rettet damit quasi die Profite der Wall Street und zwingt dem jeweiligen Schuldnerland dann eine extrem harte neoliberale Wirtschaftspolitik auf, diktiert quasi die Wirtschaftspolitik in allen Bereichen. Und wenn das Land es damit nicht schafft, Nächstum zu generieren, was häufig genug der Fall ist, dann wird die Verschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung immer größer, der Einfluss des IWFs wird immer größer. Das hat man in Argentinien sehr, sehr gut gesehen. Jedes Mal, wenn Argentinien sich mit dem IWF geeinigt hat und der IWF dann eine neue Wirtschaftskrise ausgelöst hat, ist die Abhängigkeit vom IWF noch größer geworden. Das heißt, Argentinien war dann noch mehr gezwungen, die verfehlte Wirtschaftspolitik, die überhaupt zur Krise geführt hat, noch intensiver zu betreiben. Also mittlerweile kann keine argentinische Regierung mehr eine souveräne Politik gegen den IWF treiben. Und Argentinien ist ein relativ großes, relativ wohlhabendes Schwellenland. Verglichen mit den ganzen armen Ländern in Afrika, denen der IWF sowieso vollkommen alle Bedingungen diktieren kann. Und verglichen mit der Ukraine ist Argentinien auch in einer sehr guten Position. Also die Ukraine ist durch diesen Krieg jetzt den westlichen Institutionen vollkommen ausgeliefert. Das ist tatsächlich ein Präzedenzfall, denn bislang unterstützte der IWF keine Länder, die sich im Krieg befinden. Und Julian Niemann schreibt beim Makroskop hierzu, Doch im Gegenzug muss die Ukraine ihre Schuldenquote bis zum Jahr 2033 auf 60% des BIP senken. Ende 2024 dürfte sie voraussichtlich bei etwa 94 bis 95% liegen. Was bedeutet das? Sollte der Krieg zum Jahresende enden, also das ist noch optimistisch geschätzt, was jetzt kommt, ja, sollte der Krieg zum Jahresende enden und die Schuldenquote nicht noch weiter anwachsen, müsste die Ukraine ihre Schuldenquote zwischen 2025 und 1933 jährlich um rund 4,3 Prozentpunkte reduzieren. Gemessen am ukrainischen BIP entspräche das in etwa 6,8 Milliarden Euro pro Jahr. Um das Ganze ins Verhältnis der Wirtschaftsleistung zu setzen, Für Deutschland würde das jährliche Kürzungen in Höhe von etwa 163,8 Milliarden Euro bedeuten. Mit anderen Worten, der Ukraine stehen dramatische Einschnitte bevor. Für Deutschland wäre das... Die Armut in der Ukraine ist ja durch die neoliberalen Reformen seit 2014 schon enorm angestiegen. Also das ukrainische Sozialsystem, was es ja durchaus gab, wurde ja schon enorm geschwächt. Vor allem die Renten wurden drastisch zusammengekürzt unter diesem Post-Maldan-Regime. Also die Altersarmut in der Ukraine ist katastrophal. Also war schon vor Kriegsbeginn katastrophal, also vor Beginn der Invasion 2022. Nehmen wir mal an, Deutscher müsste das jetzt zahlen, diese 183,8 Milliarden Euro. Einfach 163 Milliarden Euro wäre das ein Drittel des Bundeshaushalts. Ja, wäre dann weg. Und das bedeutet, der gesamte Posten Arbeit und Soziales inklusive Rentenzuschüsse müsste wegfallen. Wie soll die Ukraine das schaffen? Sicherlich kann man jetzt Einsparungen im sozialen und im Gesundheitsbereich vornehmen. Aber das würde ja bei weitem nicht ausreichen. Die haben ja gar nicht so einen großen Sozialstaat, wie das jetzt bei uns der Fall ist. Und es geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Man kann ja nicht sagen, ab jetzt gibt es gar nichts mehr. Und folglich wäre die Ukraine gezwungen, ihr Tafelsilber zu verkaufen. Das heißt, Privatisierungsmaßnahmen weiter zuzulassen. Und das ist ja etwas, was man bereits vor dem Krieg in Gang gesetzt hat. Zum Beispiel gab es schon vor dem Krieg den Plan, die staatliche Eisenbahngesellschaft zu privatisieren. Und jetzt gibt es ja auch große Privatisierungsbestrebungen, also von einzelnen Unternehmen, Gebäuden, alles, was noch so vorhanden ist. Es gibt eine Homepage, da kann man sich die Objekte ansehen und kann, glaube ich, sogar mitbieten. Privatization.gov.ua Wir machen das mal in die Beschreibung. Es ist sicherlich eine der traurigsten Internetseiten, die ich je gesehen habe, weil man da wirklich dann sehr heruntergekommene Gebäude sieht. Und da können dann auch sich noch Investoren drauf bewerben. Also so versucht man, das letzte Geld zusammenzukratzen. Ja, wenn man sich das anschaut, ich bin jetzt gerade hier auf der Seite, da hat man dann zum Beispiel ein Kessel- und Schweißwerk, das man kaufen kann. Oder Verwaltungsgebäude, die privatisiert werden sollen. Ja, also es gibt unzählige Objekte, die man dort, je nachdem wie groß der Geldbeutel ist, erwerben kann. Und das deutet schon darauf hin, was den Ukrainern blüht, wenn dieser Krieg vorbei ist. Und wichtig für die Finanzierung des Krieges und der Ukraine sind jetzt gerade die ukrainischen Eurobonds. Die wurden schon erwähnt. Und das sind internationale Anleihen, die ausgegeben werden vom ukrainischen Finanzministerium. Die sind dann denominiert in Fremdwährungen, also hauptsächlich natürlich US-Dollar oder Euro. Und gehandelt werden sie an internationalen Finanzmärkten. Und es handelt sich eben um ein wichtiges Instrument zur Finanzierung des Staatshaushalts. Und das ermöglicht wiederum der Ukraine den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten. Und die IWF-Kredite, die helfen dann, die Zahlungsfähigkeit der Ukraine aufrechtzuerhalten, was auch die Bedienung der Eurobonds betrifft. Heißt also, dieser Kredit des IWF dient unter anderem dazu, alte Kredite abzubezahlen, um die Gläubiger zufriedenzustellen. Es ist jetzt nicht so, dass das zusätzlich einfach Geld ist, das nach Lust und Laune ausgegeben werden kann. Und der IWF macht das natürlich nicht ohne Forderungen. Zum einen möchte man so eine Politik des billigen Geldes haben. Das heißt, man möchte Zinssenkungen dringend haben. Der Leitzins in der Ukraine liegt bei 13 Prozent. Das ist sehr hoch. Liegt aber auch daran, dass man da eine Inflation versucht zu bekämpfen. Ja, das ist diese tolle unabhängige Zentralbank. Unabhängige Zentralbank, die dann Zinsen festlegt, die jede Investitionstätigkeit verunmöglichen. Der IWF eine Abwertung der Währung. Und das bedeutet ja dann, dass Exportgüter für ausländische Käufer werden dann günstiger. Unabhängig davon, Abwertung der Währung ist eine gute Maßnahme. Da hat der IWF aus früheren Programmen gelernt, kann man sagen. Also das würde tatsächlich die Situation der Ukraine verbessern. Exportiert wird dann günstiger. Und das soll dann auch die Nachfrage nach diesen Produkten erhöhen. Und so soll auch eine internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes verbessert werden. Allerdings bedeutet das, dass die importierten Waren, also die Waren, die die Ukraine dann aus dem Ausland kauft, teurer werden für die inländischen Verbraucher und die Unternehmen. Und das wiederum kann ja dann dafür sorgen, dass wieder die Inflation weiter... Ja, und das ruft dann wieder die Zentralbank auf den Plan, die die Zinsen wieder erhöht, was wieder Investitionen von möglich ist, was Carry Trader unlockt, also ganz viele Effekte hat. Also die Zentralbank darf dann die Zinsen nicht nach oben schrauben, wenn die Inflation temporär nach oben geht, weil die Währung abwertet. Sondern da muss die Regierung eingreifen, sei es durch Preiskontrollen, sei es durch Lohnkontrollen. Also irgendwelche Maßnahmen, die verhindern, dass aus einem Preisschock eine dauerhafte Inflation wird. Dann hat man diesen Preisschock überstanden und dann ist die Wettbewerbsfähigkeit des Landes dauerhaft verbessert. Also eine Währungsabwertung ist vernünftig. Sie muss nur flakiert werden durch Maßnahmen, die verhindern, dass das zu einer dauerhaft höheren Inflation führt. Und die können nicht von der Zentralbank kommen. Ein höherer Zinssatz, der bringt ja überhaupt nichts, wenn Importpreise steigen. ...angefacht wird und auch, dass der Lebensstandard für die Menschen in der Ukraine weiter sinkt, weil sie ja plötzlich mehr Geld ausgeben müssen für diese importierten Waren. Ja und der IWF fordert außerdem laut Bloomberg deutliche Steuererhöhungen. Also Selenskyj hat es schon angekündigt, die Import- und Verbrauchsteuern weiter zu erhöhen. Ja und das ist katastrophal, damit wirkt man den Konsum der einfachen Leute ab. Also ja, ihr merkt es, der IWF macht Politik für die Reichen. Also wenn für wen die Steuern erhöht werden könnten, dann doch für die westlichen Konzerne, die in der Ukraine aktiv sind und für die Oligarchen. Und nicht für die einfache Bevölkerung. Verbrauchsteuern treffen immer die einfache Bevölkerung, die Ärmsten am stärksten. Ich dem IWF nicht, sondern man will eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und dazu muss man wissen, die liegt bereits bei 20 Prozent und kennt, anders als in Deutschland, kaum Ausnahmen. Ja und das sorgt übrigens auch für eine weitere Erhöhung der Inflation. Also auch temporär, also für ein Jahr hat man dann Sondereffekt. Aber das wird wieder dazu führen, dass die Gewerkschaften sagen, oh die Preise sind gestiegen, jetzt wollen wir, oder gewerkschaftliche Organisation ist ja gerade verboten. Aber die Beschäftigten sagen dann trotzdem, Preise sind zu stark gestiegen, erhöht man die Löhne, dann hat man wieder Lohnpreisspirale. Also es ist katastrophal, was die IWF da anrichtet. Also Währungsabwertung ist eine gute Maßnahme. Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht, die konterkariert das wieder und macht das so nicht. Da, wie gesagt, man kann dem IWF da, glaube ich, eine gewisse Absicht unterstellen. Der IWF, der hält die Länder, denen er Hilfsprogramme anbietet, arm, um ihnen dann weiter helfen zu können. Also der IWF verschlimmert das Problem, als dessen Lösungen er sich anbietet. Das ist ein Schema, das man immer wieder sieht. Jetzt ist die Frage, macht er das absichtlich, um diese Länder halt in einer Art Schuldknechtschaft zu halten oder macht er das unabsichtlich, weil er das falsche ökonomische Konzept hat? Und es ist schon irritierend, also wir haben ja kürzlich bereits eine Folge zum Internationalen Währungsfonds gemacht, haben darüber gesprochen, dass der IWF permanent behauptet, ja wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Und heutzutage schlagen wir ganz andere Arten und Weisen vor, wie nationale Wirtschaften wieder angekurbelt werden können. Wir verlangen nicht, Sparpolitik und Steuererhöhungen zulasten der in Anführungszeichen einfachen Leute. Aber genau das wird hier natürlich gefordert. Ja, hier wird nicht gesagt, ja jetzt müssen die Reichen mal geschröpft werden oder so. Ja, auf keinen Fall, man will ja private Investoren anziehen. Nein, stattdessen mutet man den einfachen Bürgern der Ukraine eine weitere Last zu, damit die Großinvestoren ihre gute Laune nicht verlieren. Also die Umverteilungswirkung ist ganz klar gestaffelt, also ist ganz klar von unten nach oben, wird jetzt innerhalb der Ukraine in Zukunft auch noch umverteilt in einem Land, in dem die meisten Menschen bereits so enorm arm sind. Ich meine, wir haben gesagt, pro Kopf Einkommen von 5000 Dollar, das heißt ja in Wahrheit, weil es ein Durchschnittswert ist. Die meisten Leute liegen ganz, ganz weit darunter. Also die sind viel ärmer noch mal als 5000 Dollar im Jahr, was immens arm ist für deutsche Verhältnisse. Und jetzt sollen die noch mal eine Erhöhung ihrer Konsumsteuern akzeptieren. Der Westen unterstützt die Ukraine also nicht, wie oft suggeriert wird, bedingungslos. Die Berliner Zeitung zitiert den Ökonomen Frederick Musso vom amerikanischen Oakland Institute, der sagt, das Problem ist, dass die westliche Hilfe an ein drastisches Strukturanpassungsprogramm geknüpft wurde, das Sparmaßnahmen, Kürzungen der sozialen Sicherheitsnetze und die Privatisierung von Schlüsselsektoren der Wirtschaft umfasst. Und dieses Institut hat dann auch eine Studie vor einer Weile herausgegeben zur Landnutzung in der Ukraine. Drei Millionen Hektar sollen großen Agrarkonzernen gehören und es wurden zum Teil Leasingverträge mit einer Laufzeit von 49 Jahren abgeschlossen. Ja, weil es in der Ukraine verboten ist, Land an Ausländer zu verkaufen, schließen die Agrarkonzernen einfach Leasingverträge über 99 Jahre ab und kaufen so de facto auch das Land. Aber offiziell ist es halt ein Machtvertrag, weil Land an Ausländer verkaufen, zumindest für eine Zeit illegal war. Ich weiß nicht, ob das immer noch verboten ist, aber da hat man eine kluge Möglichkeit gefunden, um das zu umgehen. Also es sind dann solche Konzerne wie Kagel, die sich da ganz groß einkaufen. Eine Rückgängigmachung ist da sehr unwahrscheinlich und an diesem stetigen Ausverkauf sind ausländische Investoren und auch ukrainische Oligarchen beteiligt. Die Fonds, die zum Teil Private Equity sind, zum Teil aber auch Pensionsfonds sind, die besitzen also sehr viel ukrainisches Land und die kommen aus Europa, den USA und Saudi-Arabien. Wir wollen uns jetzt hier nicht unbedingt in Details verlieren. Aber doch mal kurz noch aus dieser Studie zitieren, denn das spricht wirklich Bände. Die in den USA ansässige Private Equity Firma, NCH Capital, wurde 1943 von George Rohr und Moris Tabakinich gegründet, die maßgeblich an der Privatisierungswut nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beteiligt waren. Ja, also man kann schon mal sagen, sehr nette Leute, die da jetzt aktiv sind. Sie haben eine Reihe von Fonds eingerichtet, um Farmen in der Region zu pachten oder zu einem niedrigen Preis zu kaufen, mit dem Ziel, sie zu großen Getreide- und Sojafirmen zusammenzufassen und so erfolgreich eine Landbank von 700.000 Hektar in der Ukraine und Russland anzuhäufen. Nachdem sie sich Investitionen prominenter westlicher Finanzinstitute gesichert hatte, leitete sie diese Gelder über Offshore-Firmen in Steueroasien wie Zypern und den Kaiman-Inseln. Das Unternehmen sieht sich Vorwürfen des unrechtmäßigen Landerwerbs, der Steuerhinterziehung und illegaler Finanzaktivitäten ausgesetzt. Im Jahr 2015 war ihr Gründer und CEO George Rohr Teil der hochrangigen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten und dem US-Handelsminister, die dazu führten, dass die Ukraine einem Reformplan des IWF zustimmte, der die Voraussetzung für zwei Kreditgarantien der US-Regierung in Höhe von einer Milliarde US-Dollar war. Der damalige ukrainische Oligarcher Petro Poroschenko, Wirtschaftsbeziehungen in den Westen, war der erste Präsident, der die westliche Ausblündung der Ukraine quasi verhandelt hat. Also ich habe das gerade mit dem IWF gehört, dass, ja, also Poroschenko war auch hoch korrupt, ähnlich wie Erzelensky, ähnlich wie fast jeder Präsident in der Ukraine, aber das, ja. Es ist schon interessant, was für Firmen mit welchem Vorstrafenregister da für den Wiederaufbau der Ukraine jetzt herangezogen werden. Die Schocktherapie bezieht sich selbstredend auch auf den Arbeitsmarkt. Anna-Jig Havera hat für die Bundeszentrale für politische Bildung Folgendes aufgeschrieben. Was der Regierung in Kiew vorschwebt, ist ein Staat als Start-up. Also das ist ja sowas, was wir, glaube ich, schon mal, wenn wir über Neoliberalismus gesprochen haben, diesen Start-up-Staat ohne zu viel Bürokratie und so. Das ist eigentlich das, was da vorschwebt. Sie schreibt grün und digital. Wenn ich kurz mal unterbrechen darf, das ist wirklich auch das Selbstbild, das man dann so in der Öffentlichkeit pflegt. Ich erinnere mich noch, ich war ja im letzten Jahr bei der Buchpremiere von Isabella Weber in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und direkt da in der Nähe ist ja auch dann die ukrainische Botschaft. Und da waren dann auch so große Plakate, die hingen bereits draußen. Ich meine, trauriger geht es ja eigentlich gar nicht. Da hing dann schon wirklich riesengroß an der Botschaft. Draußen hing dann einfach die Nachricht, sie können auch in der Ukraine investieren. Also das heißt, da sollte auch dieses Bild gepflegt werden. Man hätte da sowas Hippes, Cooles, Neues, wo man mal sein Geld draufwerfen kann. Und in Wahrheit sind das natürlich Arbeitsmodelle, die alles andere als hip und cool und gewinnbringend sind. Also insbesondere für die Leute, die dann da arbeiten werden. Anna Shikareva schreibt, grün und digital, frei von Korruption und als lästig empfundenen Regulierungen. Ein neoliberales Labor par excellence und vor allem ein zuverlässiger Partner fürs internationale Kapital. Konkret sieht der Recovery Plan, den die ukrainische Delegation in Lugano vorstellte, ein ganzes Repertoire an Liberalisierungsmaßnahmen vor. flexiblere Arbeitsverträge, neue Arbeitsgesetze und großflächige Privatisierung. Die Ukraine hat doch jetzt schon das flexibelste Arbeitsrecht, was es in ganz Europa gibt. Also gewerkschaftliches Engagement ist da übrigens verboten. Also die Arbeitgeber dürfen da jetzt schon am meisten. Wenn man das noch mehr flexibilisieren will, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel, was man flexibilisieren kann. Eine Richtung, die Kiew übrigens schon vor Jahren eingeschlagen hatte, als sie neue Bestimmungen für den Arbeitsmarkt ankündigte, die inzwischen im Gesetz verankert sind und unter anderem die Erhöhung der maximalen Arbeitszeit und die Lockerung des Kündigungsschutzes beinhalten. Momentan müssen die Ukrainer auch und vor allem die Freiheit der Investoren und des IWF verteidigen, des heimischen wie des auswärtigen Kapitals. Und wenn der Krieg zu Ende ist, droht eine Schocktherapie, die noch härter sein dürfte, als jene, die man einst Griechenland zugemutet hat. Es ist also eine zutiefst zynische Politik, die dort vom Westen letztlich gefahren wird. Und auch die Art und Weise, wie hierzulande darüber gesprochen wird, ist extrem verharmlosend. Nun wollen wir abschließen. Ja, ich würde sagen, wenn einem die Ukrainer wichtig sind, dann müssten genau diese Themen viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Weil das ja dann so ist, dass man sich jetzt gerade auf das Geopolitische rein konzentriert und dann sagen wir, gibt es einen annehmbaren Friedensvertrag. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man diese ganzen Repressionen, unter denen dann die Ukrainer wirklich zu leiden haben wirtschaftlich, nicht mehr groß darstellt in der Presse. Weil das ja auch jetzt schon ausbleibt. Also man findet was dazu, aber es ist doch so, dass man sehr danach suchen muss, während man... Die Nachdenkseiten hatten tatsächlich einen Bericht dazu gebracht. ...eine Million Artikel zu allen möglichen Panzern und Drohnen hat. Tja, da kann ich gar nichts, weiß nicht, kann man eigentlich gar nichts mehr sagen. Stimmen wir einfach zu, Ole. Ja, ja, nee, du hast völlig recht. Du hast völlig recht und das ist einfach unfassbar deprimierend. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Von daher vielleicht noch ein fröhlicher Hinweis am Ende der Folge. Es gibt Veranstaltungen mit uns. Ja, ja, da machen wir jetzt auch Schluss mit der Reaktion. War eine gute Folge, war eine gute Folge, wie ich es erwartet hatte. Wartet, liken müssen wir das Ganze noch. Also, wirklich gut gefallen. Schön, dass das hier Thema geworden ist. Hat auch, ich meine, 21.000 Aufrufe ist ja jetzt auch nicht viel. Also Wohlstand für alle hat allgemein ein bisschen wenig Aufrufe dafür, dass sie es schon so lange machen und dass sie regelmäßig so gute Arbeit abliefern. Aber zumindest mehr Aufrufe als die sonstigen Folgen. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Gut, dass das hier mehr Aufmerksamkeit kriegt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.